Die Wahrheit über Candida Bis vor kurzem hatten nur wenige Menschen überhaupt von Candida gehört. In den späten 1990er Jahren hatten sich die Candida-Diagnosen jedoch von der Alternativmedizin bis zur schulmedizinischen Welt ausgebreitet. In Wirklichkeit sind aber nur wenige Fälle von Candida-Überwucherung ein reines Candida-Problem. Candida an und für sich ist harmlos. Tatsächlich ist es so, dass wir Leben in unserem Darmtrakt ohne Candida nicht erhalten könnten und dieser Pilz hilft dabei uns zu schützen, indem er Müll aus minderwertiger Nahrung und auch Giftstoffe konsumiert. Dies trägt dazu bei, das Nahrungsangebot für wirklich schädliche Krankheitserreger zu reduzieren, die sich ansonsten von diesem Abfall ernähren würden. Mit anderen Worten, Candida-Zellen konsumieren absichtlich Lebensmittelabfälle und Gifte, um schädliche Erreger wie E. coli, C. diff und Streptococcus daran zu hindern, sich an diesen Dingen satt zu essen und ihre Armeen aufzubauen. Candida kann auch gleichzeitig mit Erkrankungen wie Leimborreliose auftreten, Gürtelrose dem Epstein-Barr-Virus, Diabetes und vielem mehr. So kann also eine große Ansammlung von Candida eigentlich als Warnzeichen dienen, dass etwas anderes in ihrem Körper Aufmerksamkeit erfordert. Aber Candida ist dann eben oft zu Unrecht der Sündenbock. Zum Beispiel kann es sein, dass eine vaginale Streptokokkeninfektion von Ärzten unbemerkt bleibt, während auch vorhandene Candida-Pilze entdeckt und dann für die Symptome des Patienten verantwortlich gemacht werden. Sobald das primäre Problem gelöst ist, normalisiert sich auch die Candida-Ausbreitung. Fett vs. Obst Wenn Sie mit Candida diagnostiziert wurden, stehen die Chancen gut, dass Ihnen geraten wurde, alle verarbeiteten Lebensmittel aus Ihrer Ernährung zu streichen, Zucker, einschließlich Obst, wie die Pest zu meiden und eine eiweißreiche, fettreiche Ernährung zu konsumieren. Während es in der Tat wichtig ist, zuckerhaltige und verarbeitete Lebensmittel wie Donuts, Kuchen, Kekse, Süßigkeiten, Popcorn, Gebäck, Croissants usw. zu vermeiden, ist die strikte Vermeidung von Früchten ungerechtfertigt. Candida ernährt sich nicht von natürlichem Fruchtzucker, aber von Zucker aus einem Getreide wie Mais oder Weizen. Wichtig ist, dass die natürliche Fruktose in Obst mit nützlichen Komponenten verbunden ist, einschließlich Antioxidantien, Mineralien, Phytochemikalien und sogar krebstötenden Mikronährstoffen, die dazu beitragen, Krankheitserreger wie Strep, E. coli, C. diff, Staphylokokken und Viren abzutöten, die wahrscheinlich überhaupt verantwortlich sind für Ihre erhöhten Candida-Werte. Und nochmal, ein erhöhter Candida-Spiegel ist eigentlich ein Abwehrmechanismus, um zu verhindern, dass diese anderen Krankheitserreger sich vermehren. Also ist Obst Ihre Anti-Candida-Geheimwaffe, weil es Ihre Breitband-Antipathogen-Geheimwaffe ist. Wenn Sie immer noch Angst vor Früchten haben, denken Sie daran, dass Zucker aus Früchten Ihren Magen in etwa 3-6 Minuten verlässt und den Darmtrakt nicht erreicht. Was den Darmtrakt erreicht, sind Haut, Fruchtfleisch und Faser der Früchte. Und das ist dann sogar hilfreich bei der Bekämpfung von z.B. Cebo oder anderen durch Erreger verursachten Problemen. Abgesehen von Früchten füttern andere Formen von Zucker, Rohrzucker, Rübenzucker, Agavennektar, Maissirup usw. Candida und andere Krankheitserreger aber sehr wohl, sodass Sie diese Dinge in der Tat vermeiden sollten. Ein weiterer Irrglaube über Candida ist die Vorstellung, dass eine eiweißreiche, fettreiche Ernährung Candida-Zellen aushungert. Aber in Wirklichkeit füttern sowohl Protein als auch Fett Candida. Auch wenn sich Ihre Symptome zunächst verbessern sollten, kann dieser Ansatz letztlich nach hinten losgehen, weil überschüssiges Protein und Fett im Darm einen Nährboden für Bakterien, Krebszellen, Viren usw. bietet. Dadurch kann Candida-Wachstum ausgelöst werden, während Ihr Körper versucht, diese Dinge zu bekämpfen. Darum ist es der beste Ansatz, eine fettärmere Ernährung zu essen, die Früchte und ihre Erreger tötenden Nährstoffe enthält. Es ist nicht so, dass gesunde Fette wie Avocados, Nüsse oder Samen grundsätzlich schlecht für uns sind. Es ist nur so, dass es am besten ist, die Menge der Fettaufnahme unbedingt im Auge zu behalten. Dies gilt unabhängig von der Art Ihrer Ernährung. Wenn Sie sich beispielsweise vegan ernähren, reduzieren Sie Fett aus Dingen wie Nüssen, Nussbutter, Samen, Ölen und Avocados. Wenn Sie ovulactovegetarisch sind, minimieren Sie Eier, Milchprodukte, Nüsse, Samen, Öle, Avocado usw. Wenn Ihre Ernährung tierische Produkte enthält, verringern Sie deren Häufigkeit. Da selbst mageres tierisches Proteinfett enthält. Neben der Reduzierung von Fett und dem Essen von Früchten ist es auch wichtig, reichlich Blattgrüngemüse wie Spinat, Salat und Rucola zu konsumieren und verarbeitete Lebensmittel und Getreide zu meiden. Es kann gut sein, dass diese Empfehlungen allem widersprechen, was Sie über Candida gehört haben. Sie sind vielleicht einer von vielen, die restriktive Diäten ertragen haben, sich dabei selbst eine kleine Handvoll Blaubeeren verwehrt haben, ohne die Belohnung einer Symptomlinderung. Vielleicht ist es an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Um mehr über Candida zu erfahren, lesen Sie auch im Buch Mediale Medizin nach. Ja, das, was ihr da gehört habt, war ein Blogartikel aus dem März 2016. Ich war froh, dass es ein bisschen ein kürzerer war, weil ich jetzt schon seit zwei Wochen so ein bisschen aufwendigere Beiträge für einen Online-Kongress vorbereite. Davon werde ich euch wahrscheinlich demnächst erzählen. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss!